Mal richtig abtauchen. Unter diesem Motto nutzte die Tauchschule Dive & Fun Seelöwen den Badespaßtag im Inselbad Eisenhüttenstadt. Hier gaben wir allen Kindern die Möglichkeit, einmal mit einem Atemgerät unter Wasser zu gehen. Unzählige Kinder nutzten in fast vier Stunden die Möglichkeit und zogen ihre Bahn im Schwimmbecken. Unsere unterstützenden Tauchhelfer hatten alle Hände voll zu tun. Sie schwammen mit den Kindern die Bahn auf und ab. Neben diesem spannenden Schnuppertauchen konnten die Kinder auch noch andere Aktivitäten auf dem Gelände des Inselbads nutzen. Doch das Tauchen war schlichtweg die Attraktion des Tages. Wenn Sie mehr über das Tauchen erfahren möchten, besuchen Sie uns doch gern auf unserer Homepage www.seelöwen.de 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 www.seelöwen.de